Die Erzählung entfaltet sich vor dem Hintergrund von Los Angeles im Jahr 1933, einer Stadt der Träume und Geheimnisse, in der eine junge Frau namens Marlene Monroe mit ihrer Vergangenheit ringt und sich eine hellere Zukunft erhofft. Marlene, geboren als Norma Jean, lebt bei ihrer geistig zerbrechlichen Mutter Gladys, die sich an einem verblichenen Foto eines Mannes festhält und behauptet, er sei Normas Vater. Diese Enthüllung kommt an Normas siebtem Geburtstag, was ein Gefühl der Verwirrung und Sehnsucht nach einer Verbindung zu dem Vater auslöst, den sie nie gekannt hat. Die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung, als ein riesiges Feuer in den Hollywood Hills ausbricht und über der Stadt einen unheimlichen Schein wirft. Mitten im Chaos weckt Gladys Norma mitten in der Nacht und besteht darauf, dass sie in die Hügel gehen. Auf dem Weg dorthin begegnen sie der Polizei, und Gladys erfindet eine Geschichte, dass Normas Vater inmitten der Flammen lebt. Doch die Heftigkeit des Feuers verwehrt ihnen den Durchgang und zwingt sie zum Rückzug. In diesem angespannten Moment kommt Gladys' unberechenbares Verhalten zum Vorschein und kulminiert in einem gewaltsamen Ausbruch gegen Norma. Zurück zu Hause wälzen sich Normas Gedanken mit Fragen nach ihrem Vater, woraufhin Gladys eine erschütternde Geschichte der Verzweiflung erzählt. Die Offenbarung von Normas Geburt hatte ihren Vater vertrieben, behauptet Gladys, und sie habe versucht, Normas Leben in einem Anfall von Angst zu beenden. Ein düsteres Geheimnis, das ihre Beziehung für immer trübt. In einem Akt des reinen Überlebens entkommt Norma dem gefährlichen Griff ihrer Mutter und sucht Zuflucht bei MRs. Plane einer Nachbarin, die in ihren dunkelsten Stunden eine Stütze wird. Die Räder des Schicksals führen Norma in ein Waisenhaus, wo sich ihr Weg von Gladys' turbulentem Einfluss trennt. Springen wir zum Jahr 1940. Norma, die jetzt die Persönlichkeit von Marlene Monroe annimmt, ist eine aufstrebende Figur in der Welt von Magazinen und Kalendern. Die Bühne ist bereitet für ihre schicksalhafte Begegnung mit MR. Z, einem Regisseur, der sie mit einer Rolle ins Rampenlicht stößt, die sowohl ihr Debüt als auch ein erschütterndes Missbrauchserlebnis markiert. Vor dem Hintergrund der 1950er Jahre erreicht Normas Reise, ihre Identität zurückzugewinnen, einen weiteren Meilenstein, als sie für eine Rolle vorspricht und ihre Verletzlichkeit in einer emotional aufgeladenen Leistung zeigt, die den Castingdirektor fasziniert. Ein Besuch im Krankenhaus, in dem Gladys lebt, löst eine komplexe Mischung von Emotionen aus und verknüpft ihre schauspielerischen Bestrebungen mit den Wahrheiten ihrer Vergangenheit. Inmitten des sich entfaltenden Dramas kreuzt Normas Weg die zweier Männer, Charlies Cass Chaplin Jr. und Edward Geddy Robinson Jr., die beide mit den Schatten zu kämpfen haben, die ihre berühmten Väter geworfen haben. Ein gemeinsames Gefühl der unerfüllten Liebe bringt sie zusammen und entfacht eine dynamische Beziehung, die Trost, Unterstützung und neue Intimität bietet. Während sie ihr verstricktes Leben navigieren, dienen sie einander als Ansporn, besonders Cass, der Norma drängt, Selbstliebe als Heilungsmittel anzunehmen. Durch ein Geflecht von Emotionen, Prüfungen und Enthüllungen erfasst die Geschichte von Marlene Monroe die Essenz von Widerstandsfähigkeit, Triumph über Widrigkeiten und die anhaltende Kraft menschlicher Verbindung. Während ihre schauspielerische Karriere blüht und sie tiefe Bindungen zu denen schmiedet, die ihren Kampf verstehen, wird Marlene zu einem Symbol von Stärke und Authentizität in einer Stadt, die für ihre Fassaden bekannt ist. Mitten in all dem zeigt Normas Film von 1953 eine fesselnde Leistung in Niagara. Doch während ihre enge Bindung zu Cass und Edward tiefer wird, wird ihre Freundschaft zunehmend öffentlich. Normas engagierte Managerin Sheen rät zur Vorsicht bei öffentlichen und privaten Interaktionen mit Cass und Edward. Norma findet sich in einem Konflikt wieder, sie empfindet die Gesellschaft von Cass und Edward als aufrichtig und schätzt ihre Zuneigung zu ihr als Norma mehr als die Persona von Marilyn Monroe. Für sie ist Marilyn Monroe eine kunstvolle Fassade, nicht ihr authentisches Selbst. In Normas Sichtweise liegt ihre echte Identität in ihrem wahren Selbst, und sie fühlt sich verpflichtet, es vor jeder Verzerrung zu schützen, die durch ihre Verbindung mit Cass und Edward verursacht werden könnte. Trotz dieser Vorbehalte nimmt das Schicksal eine unerwartete Wendung, als Norma mit dem Kind von Cass schwanger wird. Das Trio freut sich über diese Nachricht und fasst den Entschluss, dieses neue Kapitel gemeinsam zu bewältigen. An einem glücklichen Tag stoßen sie zufällig auf Normas geliebtes Kindheitsspielzeug, einen Tiger, eine herzerwärmende Entdeckung, die ihre Verbindung weiter festigt. Beflügelt von dieser neuen Einheit beschließt Norma, ihre bevorstehende Filmrolle, Blondinen bevorzugt, vorerst zu verschieben. Inmitten dieser persönlichen Veränderungen fasst Norma den Mut, sich ihrer Mutter über das bevorstehende Kind anzuvertrauen. Die Offenbarung enthüllt jedoch eine beunruhigende Wahrheit, erbliche Geisteskrankheit. Diese Enthüllung wirft einen Schatten des Zweifels auf die Zukunft und zwingt Norma, mit der schwierigen Wahl eine Abtreibung zu ringen. In der Folge distanziert sich Norma von Cass und Edward und navigiert durch die emotionalen Nachwirkungen ihrer Entscheidung. Normas Leben nimmt eine unvorhersehbare Wendung, als sie auf einen passionierten Athleten trifft, der von Exzentrik verzehrt wird. Von diesem neuen Aussichtspunkt fasziniert, verlässt sie den glitzernden Reiz Hollywoods und richtet ihren Blick auf New York. Hier strebt sie danach, eine tiefgründige Schauspielkarriere anzunehmen und erneut die Liebe zu finden. Während ihre Ambitionen entflammen, taucht Norma in die Produktion von »Blondinen bevorzugt« ein. In dieser entscheidenden Phase trifft ein rätselhafter Brief ein, der angeblich von ihrem entfremdeten Vater verfasst wurde. Er drückt Reue für seine Abwesenheit aus und versichert ein bevorstehendes Wiedersehen. Während der Vorfreude auf die Premiere von »Blondinen bevorzugt«, wird Norma von einer anonymen Quelle zu einem privaten Treffen eingeladen. Voller Hoffnung stellt sie sich eine Wiedervereinigung mit ihrem Vater vor, um dann jedoch auf Joey zu stoßen, der leidenschaftlich um ihre Hand anhält. Von Emotionen überwältigt, akzeptiert Norma den Antrag, ihr Herz von dem Wunsch nach Liebe und Stabilität getrübt. Norma beginnt ein neues Kapitel und zieht mit Joey nach New York. Doch die Anpassung an ihre Umgebung erweist sich als schwierig, und sie ringt mit den Feinheiten des Lebens in einer anderen Welt. Inmitten dieser Herausforderungen ereignet sich eine tumultartige Wendung, Cash und Adi, die Normas Verletzlichkeit ausnutzen wollen, enthüllen ihre privaten Nacktfotos. Diese Offenbarung erzürnt Joey, was zu einer tragischen Auseinandersetzung führt, die in Normas frühzeitigem Tod endet. Von Trauer geplagt, intensiviert sich Joes innerer Aufruhr, als er mit Normas unnachgiebiger Hingabe an ihre Karriere konfrontiert wird. Das berühmte Projekt »Das verflixte siebte Jahr« verlangt ihre Hingabe und kulminiert in dem ikonischen Vorfall mit dem weißen Kleid, der weltweite Aufmerksamkeit erregt. Obwohl von dem Vorfall gezeichnet, bleibt Norma in ihrer beruflichen Verfolgung standhaft. Doch das Unglück schlägt erneut zu. Ein betrunkener Joey erliegt seinem Zorn und setzt eine gewalttätige Handlung frei, die Normas Leben fordert. Als Normas Reise ein herzzerreißendes Ende findet, erhält sie einen letzten Brief von ihrem Vater, der trotz der vergehenden Zeit nichts von ihrem Schicksal weiß. In Folge dieser Tragödie löst sich die Bindung zwischen Joey und Norma auf und kulminiert in ihrer Scheidung. Normas Geschichte ist eine von flüchtiger Freude, zerplatzten Träumen und der unerreichbaren Suche nach Authentizität. In einer Welt, die von Glanz und Illusion geprägt ist, strebte sie danach, die Wahrheit unter der Oberfläche aufzudecken und ihre öffentliche Persona mit der Essenz ihres Seins in Einklang zu bringen. Im Jahr 1955 ereignete sich ein entscheidender Moment im Leben von Norma, der die Trajektorie ihres Daseins für immer verändern sollte. In diesem Jahr begab sich Norma auf eine transformative Reise, die sie aus der Obskurität in die Sphäre künstlerischer Brillanz erheben würde. Normas Geschichte begann mit einem Vorsprechen für ein Theaterstück, das nichts Geringeres als der angesehene Arthur Miller verfasst hatte. Das Stück mit dem Titel, Magda, hatte das Potenzial, Normas tiefes Talent und ihre künstlerische Begabung zu zeigen. Während einer Probe für das Stück hinterließ Normas Darbietung einen unauslöschlichen Eindruck bei allen, die sie sahen. Ihre Darstellung von Magda war nichts weniger als fesselnd und hinterließ eine unverkennbare Spur in den Herzen und Köpfen derjenigen, die das Glück hatten, dabei zu sein. Doch das Schicksal hatte komplexere Pläne für Norma und ihre Verbindung zu Arthur Miller. Trotz der Brillanz ihrer Darbietung hatte Arthur mit einem Konflikt in sich selbst zu kämpfen. Es gelang ihm nicht, Normas vergangene Erfahrungen und Komplexitäten mit der Figur von Magda, wie er sie sich vorgestellt hatte, in Einklang zu bringen. Diese Unstimmigkeit führte zu einem inneren Konflikt bei Arthur, der Vorbehalte gegenüber Normas Eignung für die Rolle hegte. In einer Wendung des Schicksals gelang es Norma während einer Probe, durch ihre einfühlsamen Beobachtungen über Magdas Charakter Arthurs Unsicherheiten zu durchbrechen. Normas tiefes Verständnis für die Nuancen der Figur berührte Arthur, inspirierte eine neue Bewunderung für ihre Wahrnehmungsgabe. Dieser gemeinsame Moment des Verstehens und der Verbindung diente als Katalysator, der Norma und Arthur näher zueinander brachte. Mit der Zeit entwickelte sich die Beziehung zwischen Norma und Arthur zu einer tiefen Liebe, die die Grenzen ihrer individuellen Welten überschritt. Vereint durch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Kunst und den Wunsch nach einem ruhigen Leben abseits der tumultartigen Welt des Films trafen sie die Entscheidung, an einen friedlichen Ort namens Main umzuziehen. Hier, inmitten der sanften Umarmung der Natur, schmiedeten sie ein Leben der Einfachheit und Harmonie. Ihre Vereinigung trug Früchte in Form der bevorstehenden Elternschaft, als Norma sich mit Arthurs Kind schwanger fand. Die Aussicht auf Mutterschaft erfüllte ihr Herz mit einer unvergleichlichen Freude, eine Freude, die durch die Erinnerung an eine frühere Schwangerschaft, die sie tragisch abgebrochen hatte, noch verstärkt wurde. Die Vorfreude darauf, ein Kind in die Welt zu bringen, entzündete ein strahlendes Licht in Normas Seele. Doch die launische Natur des Lebens würde bald einen Schatten über Normas Glück werfen. Ein Sturz am Strand führte zum herzzerreißenden Verlust ihres ungeborenen Kindes und stürzte sie in einen Abgrund der Verzweiflung. Von Trauer überwältigt und zerschmettert, fand Norma Trost in der Welt des Schauspiels, suchte Zuflucht vor ihrem Schmerz auf der Bühne. Dies markierte den Beginn einer turbulenten Phase in ihrem Leben, gekennzeichnet durch einen Abwärtsspirale in Sucht und geistige Instabilität. Normas Kämpfe verschärften sich, während sie mit den Dämonen der Medikamentenabhängigkeit und des Alkoholismus rang. Ihre einst enge Verbindung zu Arthur begann zu bröckeln und isolierte sie weiter in ihrem inneren Chaos. Die Grenzen zwischen Realität und Wahn verschwammen, während ihr geistiger Zustand sich verschlechterte und zu gespannten Beziehungen und Konfrontationen mit denen um sie herumführte. Mitten im Chaos ihres Daseins erhielt Norma Briefe von ihrem Vater, die einen Besuch versprachen, der sie mit Furcht und Angst erfüllte. Das Gewicht dieser Briefe lastete auf ihrer Psyche und ließ sie nicht einmal ihren geliebten Arthur erkennen. Die Zeit verschärfte nur ihren Zustand, der sie in einen Teufelskreis aus Substanzmissbrauch und psychischer Qual einschloss. Bis 1962 war Norma in den Klauen der Sucht gefangen. Ihr Leben war geprägt von einem rücksichtslosen Streben nach betäubenden Substanzen. In dieser Zeit stieß sie auf eine schockierende Enthüllung, ihre Verbindung zu einer prominenten Figur in der politischen Welt. Getrieben vom Einfluss ihrer Substanzen begann Norma eine Reise, um diese Figur zu treffen, eine Reise, die in einer erschütternden Begegnung von Manipulation und Verletzung gipfelte. Das traumatische Ereignis zerschmetterte die Fragmente von Normas ohnehin schon zerbrechlicher Psyche. Von Erinnerungen an die Vergangenheit heimgesucht und von Halluzinationen geplagt, begann sie einen Abstieg in einen Abgrund, aus dem es schien, kein Entkommen zu geben. Ihre Welt wurde kleiner und dunkler, während der Griff der Sucht sich festigte und in einem herzzerreißenden Höhepunkt gipfelte. Ein Paket aus der Vergangenheit, geliefert von einer unerwarteten Quelle, markierte das letzte Kapitel von Normas tumultuöser Reise. Ein Spielzeugtiger und ein Brief von einer Freundin Cassie enthüllten die Tiefe ihrer Verbindung und die Geheimnisse, die sie teilten. Normas Qual vertiefte sich, während sie mit dem Gewicht von Cassies Enthüllungen rang und ihren ohnehin schon zerbrechlichen Geist noch weiter destabilisierte. In einem herzzerreißenden Finale erreichten Normas Schmerz und Qual einen unerträglichen Höhepunkt. Überwältigt von der Größe ihrer Qual, erlag sie dem verlockenden Ruf der Pillen, die ihr Dasein definiert hatten. Während ihr Leben verblasste, wurde sie von Visionen ihres Vaters besucht, ihr Geist und die Realität verschmolzen in einem geisterhaften Tanz. Der Teppich von Normas Leben, gewebt aus Fäden von Brillanz, Tragödie und unaufhörlichem Chaos, fand seinen Abschluss. Ihre Geschichte diente als Zeugnis für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes angesichts von Trauma, Sucht und dem unerbittlichen Vormarsch der Zeit. Und als der letzte Vorhang fiel, fand Normas Reise ihren bewegenden Abschluss und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Annalen der Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und expanden erhaftet dort an der Geschichte. Vielen Dank.